Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Vlado, was habe ich denn falsch gemacht? Warum soll mich jetzt der Blitz beim Scheißen treffen? Ach so, bist du nicht automatisch aus der Gruppe denn? Nein. Da vorne. Lul. Bye, have a great time! Okay, scheiße. Ja hallo meine Freunde, in diesen zwei Raids sind wir diesmal auf Customs unterwegs mit der VSS Winterrest. Geniale Knarre, ich weiß nicht wie ihr sie findet, lasst mir mal in den Kommentaren. Auf jeden Fall sind wir hier auf der Suche nach Richala und den Boys, weil wir die noch für die Quests brauchen. Aber natürlich kommt es immer anders als man es braucht und trifft tatsächlich mehr auf Spieler als auf Richala und seine Boys. Dabei sind auf jeden Fall zwei echt spannende Raids entstanden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und auch einen Kommentar wie ihr die beiden Raids gefunden habt. Das war es jetzt auch erstmal wieder mit dem Gebabbel von mir. Ich bin es wie immer euer Gunshot und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und das war es jetzt schon wieder. Ich bin es für die Beste. Und musst du noch einen Eindruck anschauen. Ich bin es so interessiert. Ich bin es für heute. Wordin es ist zu wenig. Wir haben ein Sprecher. Wir wollen unsere Häuser. Nein, hast du dir gerade Beine gebrochen? Ja. Scheiße. Ich wusste, dass ich den Sprung hier wieder von so verkasse. Ist wir soweit? Lass uns in die Tanke, da kannst du dich kurz melden. Ich kann nur einmal gehen, laufen, damit wir Dämpchen machen. Ok, Tankstelle ist doch schon da nicht. Bin da ein Sniper? Definitiv Spieler. Push. Fuck. Bei den Fässern hier. Ja, gesprungen. Und hinten. Ich hab gerade geschreien gehört, oder? Kommen zwei Leute hinten in die Tankstelle rein. Einen hab ich. Ja. 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 Bist du? Ich bin auf der anderen Seite, wo du den Scaff erschossen hast, um halt. Ok. Wo hätte den Deckel gehen, wenn er um die Ecke kommt. Wo bist du? Ganz links bei dem Bei der Mauer hier Weißt du was ich meine? Links von der Tanke Er springt Er ist Rückseite immer noch Er ist Rückseite Er springt hinten irgendwo Er ist hinten an der Wand Auf Metall? Er ist wieder Rückseite Im Container wahrscheinlich Die Tür mal zu Spieler Auf der anderen Seite vom Dings Vom Draht Ich glaube die bekriegen sich gerade Ja Da ist geteilt einer? Echt? Irgendwas Pushmäßiges Da ist was vorbeigesprungen Und so Mist Ja links aber auch Hast ihn? Ne Ich glaube nicht Hab ihn Da kommt einer rüber Ich bin das Ich bin das Einer ist über den Dings gesprungen Wie wir eben Der kommt gleich Auf der Was soll ich meinen? Ja Da wo ich mein Bein gebrochen hab Der hinten An der Tanke Ist glaube ich immer noch da Ach nö Ja noch einer Der hat genau in meine Richtung Die kommt Der hat genau in meine Richtung Guckt Der rüber Von wo? Ich höre sie Ich höre sie Ich höre sie Geh kurz aufs Klo Ich komm mit Aber nicht aufs Klo Okay das war's Letzten drei Magazine Rechts kommt einer Wo? Gesehen Der ist vorne am Eingang Ey hat mich Ich höre sie 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 Ich habe sie Ich habe sie Ich habe sie Ich höre 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 sie Erstmal auf Nummer sicherer. Obwohl, wenn ihr da sonst Zeug drin hat, dann hat er wahrscheinlich keinen Rucksack bei gehabt. Oh Mann, wo sind denn hier die doppelten Dinger? Noch eine Nate. Level dir bloß alles aus eben. Oh, da war schon wieder was. Was sind das für Sounds? Oh Mann. 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 Alles gut Tobi, ich habe gesehen, dass du es geschrieben hast, aber ich habe jetzt keine, ob du mir das durchzulesen hast, was du gemeint hast, ist gar kein Auto da. Ich hatte geoffen. Dann müssen wir links lang. Gigi, äh, Gigi, so, 2, 3, 7, 4, Ich danke euch vielmals für den Loot. Ich werde ihn in Ehren halten, indem ich ihn bei Ragman verkaufe. Ich werde ihn in Ehren halten, indem ich ihn bei Ragman verkaufe.